Ah, die hast du Fimpern. Sag ich hier mal. Hast du das Fimpern? Fimpern, Fimpern. Einmal. Hast du das Fimpern? Na? Oh! Tschöne Rundgut. Du kennst dich? Das Fimpern. Äh... Ich weiß nicht, was ich... Könnt ihr auch jeweils einzelne Fimpern haben? Hast du dein Name? Ja, nein. Die haben alle. Wir haben einen dicken Schein. Alle Geld. Hast du das Fimpern? Wow! Wow, gib mal Fimpern. Einer. Einer. Nein, nein, nein. Danke. Zwei. Nein, nein, nein. Nein, nein. Ei, abstand, abstand. Warte. Oh, komm. Oh, komm. Schau mal. Spitz. Mach. 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 Nein. Da brauchen wir, Alles gut, Bro, ich will das Spielkuchen. Er war so wie ein großer Bruder, das ist wirklich so weh. Das ist wirklich so weh, das ist wirklich so weh. Das ist wirklich so weh, das ist wirklich so weh. Aber warum willst du einfach so weh? Das ist wirklich so weh. Das ist wirklich so weh, das ist wirklich so weh. Der hat Kamoga geguckt, der gerade ab der Film. Okay, jetzt ist es so weh. Das ist wirklich so weh, das ist wirklich so weh. Das ist wirklich so weh, das ist wirklich so weh. Aber bis jetzt war es eigentlich so gut, oder? Das ist wirklich so weh, das ist wirklich so weh. Das ist wirklich so weh, das ist wirklich so weh. Das ist wirklich so weh, das ist wirklich so weh. Das ist wirklich so weh, das ist wirklich so weh. Das ist wirklich so weh. In der Begegnung Wollmacher Sportverein gegen SC 07 mit Oberstein. GDSC mit 0 zu 1 in Führung. Torschützer der Spieler mit der Nummer 17 David Bauer. Gaul! Saul! Ja! 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 Die Begegnung bleibt. Spannend, der wir es vergleichen aus zum 1 zu 1. Torschütze, der Spieler mit der Nummer 10, Christopher Konecki. Die Begegnung bleibt. Für den SC 07 in den Ohrstein erhöht der Spieler mit der Nummer 10, Raphael Alcoba auf 1 zu 2. Die Begegnung bleibt. 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 Mit 1 zu 3 in Führung. Torschütze, der Spieler mit der Nummer 11, Christian Tietzak. Die Begegnung bleibt. Untertitelung des ZDF, 2020